Die erste Erwartung ist natürlich, dass wir gleich gefunden werden wie vorher. Dann haben wir gute Performance, organisch über Google. Wir hatten gute Keywords, die wir nichts dafür gezahlt haben und wir sind gefunden worden. Das ist Brandschutz, ISO GPS, Statistische Toleranzen, Federberechnungen, die wir top graded waren, ohne dass wir etwas gemacht haben. Das ist dem geschuldet, dass wir Content bei diesen Themen generiert haben. Das ist die Erwartung, dass wir weiterhin gefunden werden und dass wir uns kontaktieren können. Und selbstverständlich ist die Erwartung der ersten Erwartung, dass es das abbildet, was wir aktuell machen und dass wir auch neue Kunden mit dem anziehen, die in unserem Interessegebiet sind. Der zweite Grund ist rein intern. Du hast es angesprochen mit dem Visionsworkshop, den wir hatten. Wir versuchen ja nachhaltig orientierte Unternehmen zu unterstützen, ihre zukunftsorientierten Produkte zu verwirklichen. Und das um einen sehr hohen Qualitätsanspruch. Das ist doch jetzt das Leistungsversprechen, das wir abgeben wollen. Das ist auch dominant auf der Webseite enthalten. Im Hintergrund sind auch unsere Werte. Das entspricht alles dem, was unter Company ist, Spirit, Wer ist Gimeli, Wir sind Gimeli. Aktuell haben wir es nicht in viel Textform und Bildform. Und es wird in viel ergänzt noch mit Videoformat, wo wir eigentlich die Grundwerte von Ehrlichkeit, Zielstrebigkeit, Neugier, Aktiv sein und Empathie auch füllen mit Inhalten und nicht nur als Wörter lassen lassen. Und bei diesen fünf Werten ist es eigentlich interessant, dass wir sie eigentlich zu einem späten Zeitpunkt gemacht haben. Wir haben vorher entschieden, dass wir die Webseite machen. Wir haben aber nachher eine kurze Pause gemacht. Wir haben diesen Workshop durchgegangen. Das war ein zwei-Tages-Workshop, wo es einen separaten Inhalt dazu gibt. Und haben das dann noch einflissen lassen. Es hat nicht die Struktur geändert, sondern viel Text und Bild. Und interessant ist eigentlich die Formate, die wir gemacht haben, schon vorher definiert. Die Formate, die wir im Marketing machen. Also zum Beispiel die Travel Stories, das ist für mich der Wert Ehrlichkeit. Das heisst, wir generieren nicht Werbung, sondern wir dokumentieren. Transparent, ohne grosse Vorbereitung. Und es kommt das heraus, was herauskommt. Sei das positiv, konstruktiv, negativ. Wir kommunizieren das, was dann herauskommt. Das ist die Wert Ehrlichkeit. Aktiv sein ist für mich, dass wir effektiv das machen. Zielstrebigkeit ist, dass wir Content generieren, was jetzt eben auf der neuen Webseite immer ein Ziel hat. Das heisst, wir generieren kein Content mehr, das nicht irgendwo auf einer Landingpage platziert werden kann. Empathie und Neugier sind für mich Tech-Beats, Tech-Bits. Also die Empathie, wir gehen unserem Kunde sein Kunde beleuchten. Jetzt im Kontext von Insulin zum Beispiel. Und es ist eigentlich noch interessant, dass wir die Wörter gar nicht hatten. Und jetzt eigentlich unsere Arbeit, die wir vorher definiert haben, so können wir beschreiben. Und das passt sehr, sehr gut.